Ich bin hier verabredet mit Herrn Weber von Gisanda, also die Reservierung, glaube ich, müsste über Gisanda gelaufen sein. Also, lautschriftstechnisch könnte man auch denken, Zanda. Herr Weber ist noch nicht da. Ich darf das zu Herrn Tisch führen. Oh mein Gott, das sitzt mein Chef. Ich bin an einem Tisch. Das ist unumgänglich. Herr Weber sitzt immer da. Nein, aber bitte, 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 mein Chef. Sarah? Hi. Sie hier? Ja, ich hab ja gedacht. Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Du glaubst, ich wollte hier mit dir leben? Du brauchst mich. Du brennst mich ins Gefängnis, ich krieg vielleicht zwei Jahre. Die vergehen wie im Flug. Ich werde dich jede Woche besuchen kommen, Susanne. Wir haben noch ein ganzes Leben zusammen vor uns. Du glaubst, du glaubst, es ist eine Liebesaffäre? Eine Beziehung, hm? Was? Kleine, klebrige Goldstelle? Und meine Haare in deinem Tagebuch, hm? Du hast nur die Objehre. Mit irgendeiner Scheißspinze, hat mit Zett aus dem Badi-Traditz auf der Normale. Weißt du nicht, dass man andere Leute Tagebücher nicht liest? Das ist primär! Wir sind meine Kumpels. Die Frau, du get ahold of. Ich hab das, dann. Ich hab das, dann.